Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute gibt es für euch auf die Augen 5 Tipps und Tricks, die du mit dem Mac ganz einfach umsetzen kannst, aber die manchmal echt praktisch sind. Los geht's! Tipp 1. Du benutzt deinen Computer mit mehreren Personen, von denen einige vielleicht nicht so besonders erfahren mit dem Umgang von Computern sind. Dann solltest du vielleicht die Einstellungen so anpassen, dass nicht jeder alles sehen kann und erst recht nicht verändern kann. Gehe dazu in den Systemeinstellungen auf Einstellungen anpassen und blende einfach die Kategorien, die ein anderer Anwender nicht sehen können soll, aus. Hinterher einfach wieder auf Einstellungen den Anpassen Haken weg und alles, was er nicht sehen können soll, ist verschwunden. Tipp Nummer 2. Das Programm, das viele von euch wahrscheinlich nicht so unbedingt besonders gerne haben, das ist iTunes. Aber genau dieses Programm kann eben doch mehr als nur Musik und Filme zu verwalten oder welche von iTunes herunterzuladen, also aus dem iTunes Store. Ihr könnt nämlich zum Beispiel auch ganz einfach Musik damit brennen. Damit ihr eine korrekte Reihenfolge und derartiges habt, müsst ihr dann einfach alle Songs, die ihr brennen wollt, in eine Playlist kopieren. Ob sie schon besteht oder ob sie jetzt ganz neu ist, das ist dabei relativ belanglos. Können sie einfach nehmen. Ich ziehe das jetzt mal hier in, welche höre ich denn gerne heute. Und wenn das Ganze da drin ist, dann gehen wir einfach auf Wiedergabelisten, wählen heute aus, klicken mit der rechten Maustaste darauf und klicken Wiedergabeliste auf Medium brennen, um das Ganze auf eine CD zu brennen. Tipp Nummer 3. Wenn ihr bei Windows wart, dann kennt ihr das, ihr könnt rechtsklick neu Textdokument machen, aber das gibt es bei Apple nicht, wie wir hier jetzt im Rechtsklickmenü auf dem Desktop sehen. Aber gibt es eine andere Möglichkeit, sehr einfach Inhalt in ein Textdokument zu befördern auf dem Desktop. Wir markieren einfach alles, was wir dort hinein haben möchten, nehmen es und ziehen es mittels Drag & Drop auf den Schreibtisch und schon haben wir ein Textdokument mit diesem Inhalt. Der Titel besteht natürlich jetzt aus den ersten Worten des Textes. Das können wir natürlich einfach umbenennen. Text und das Ganze funktioniert einwandfrei. Tipp 4. Du hörst gerne und viel Musik auf deinem Mac. Das ist natürlich eigentlich echt cool. Aber manchmal gibt es halt Fälle, wo dir vielleicht Einstellung 1 etwas zu leise und Einstellung 2 etwas zu laut sein könnte. Dann drück doch einfach Alt, also A, L, T und Shift, also die Großschreibtaste auf deiner Tastatur gleichzeitig und betätige dann die Lautstärkewippe. Damit kannst du die Lautstärke in Viertelblöcken, sag ich jetzt mal, wesentlich präziser einstellen, als du es gewohnt bist. Lässt du sie wieder los, kannst du sie wieder ganz normal einstellen. Wenn du hören möchtest, wie laut dein Computer gerade in etwa ist, drücke einfach die Shift-Taste und den Lauterknopf. Gleichzeitig und ihr habt einen Sound, der euch sagt, wie laut es gerade ist. Tipp 5. Unter macOS lassen sich mittels FileMerge, einem Programm von Apple, das im Developer-Paket enthalten ist, sehr einfach Dateien vergleichen. Das sagt ja schon der Name aus. FileMerge ist nicht standardmäßig auf einem Mac vorhanden, kann aber mittels des Developer-Paketes, was zum Beispiel in Xcode enthalten ist oder auf der Apple-Webseite zu finden ist, installiert werden. Oder man legt ganz klassisch die Entwickler-DVD ein, aber ich glaube, das ist hier mal bei den wenigsten der Fall. Dann können wir FileMerge einfach mal aufmachen. Und ich habe jetzt hier natürlich schon einmal vorgesorgt, wir haben hier auf dem zweiten Monitor einen kleinen Demo-Text. Den können wir einmal aufmachen, dass wir da auch reingucken können und wissen, was drin ist. Dies ist ein Standarddokument. Es ist inhaltlich nicht sonderlich interessant, aber kann unseren Zwecken genügen. Und das habe ich da ein paar Mal hin kopiert. Also eigentlich nichts Besonderes. Wenn wir das Ganze jetzt hier einfach mal hineinziehen in das linke Feld und wir kopieren das Ganze noch einmal, fügen es hier ein, erneut. Damit haben wir hier quasi eine Kopie. Und bearbeiten das einfach nochmal an einer beliebigen Stelle. Wir fügen hier zum Beispiel noch zwei Punkte hintereinander. Dann hätten wir hier Punkt, Punkt, Punkt. Sagen eben einmal speichern. Schließen das und ziehen das auf die rechte Seite und sagen Compare. Und dann erhalten wir hier tatsächlich zwei Unterschiede. Nämlich hier die beiden Punkte, die ja der einzige Unterschied in diesem Dokument sind. Wenn man in beide Seiten das gleiche Dokument hineinzieht, das können wir natürlich auch mal eben einmal demonstrieren. Wir ziehen einfach in das rechte Feld das gleiche Ding rein. Dann sehen wir hier unten natürlich auch keine Unterschiede. Das funktioniert nicht nur mit Textdokumenten, sondern mit ziemlich jeder Datei. Nur ist das halt mit Textdokumenten sehr schön visualisiert und natürlich sehr anschaulich. Textdokumenten 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 Textdokumenten